Dieser sumpfige Geländevorteil veranlasste jedoch die Kommandeure, diese Stellung auch sehr dünn zu besetzen. Mein Zugabschnitt dürfte etwa 450 Meter gewesen sein, daher nur alle 150 Meter ein Doppelposten, dazwischen nichts. Deshalb ging zwischen den Posten ein Pendelposten, den gesamten Zugabschnitt immer bis zu den Nachbarzügen hin und her. Für den einzelnen Soldaten hieß dies nachts immer zwei Stunden Posten, zwei Stunden Ruhe, also schlafen. Am Tag sah es nicht viel besser aus. Durch Einzelposten konnte man die Paus nicht doch mal auf vier Stunden erhöhen. Doch mussten auch Arbeiten verrichtet werden, denn die Stellung brauchte dauernd Wartung und Verbesserungen. Abgesehen von dieser dauernd Bereitschaft fühlten wir uns trotz Mückenplage recht wohl. Es gab Tage, da herrschte eine Ruhe, man konnte dem Zirpen der Grillen und anderen Getier zuhören. Nachts kam regelmäßig die Feldküche mit kalter und warmer Verpflegung. Es gab ab und zu Post von zu Hause, auch man mag Getenderware, Zigaretten oder am besten Schokolade. Mein Bunker war wohnlich eingerichtet. Zwei Doppelbritschen übereinander, Moskitonetz davor. Richtung Freundseite die Tür, daneben ein kleines Fenster, darunter ein Brett als Tisch und Sitzgelegenheit. In den Holzbalken der Wände ein paar Nägel, an denen man etwas aufhängen konnte. So ging es mehrere Wochen. Ich machte jede Nacht mit meinen Meldern die Kontrollgänge oder einen Besuch bei einer Gruppe am Tage. Für die nächtlichen Streifen nahm ich besonders gern den Melder gefreiter Herd mit, der Nacht besser sehen konnte als ich. Das hatte ich bei folgenden Vorfahrt bestätigt gefunden. Den Weg vom Zugefechtstand zu den Gruppen kannte ich selbstverständlich gut. Doch ist das nachts so eine Sache. Ich ging voran, als mir der Melder zuraumte, ich sollte mich weiter rechts halten. Bevor ich erwiderte, links geht auch vorbei, versanke ich bis zur Koppel in ein Sumpfloch. Ich hatte das in der stockfinsteren Nacht nicht gesehen. Dazu möchte ich noch bemerken, dass der heutige Leser kaum noch so stockfinstere Nächte kennt, die ich in Russland erlebte und wohl jeder andere auch. Die Luft war damals so klar, dass man in sternenklaren Nächten auch die Sterne sehen konnte, die gerade über den Horizont standen. Stand kein Mond am Himmel, konnte man buchstäblich nicht die Hand vor den Augen sehen. Das Niemandsland wurde von Zeit zu Zeit durch die Leuchttraketen gleisend hell erleuchtet, um die Ursache eines knackenden Geräusches zu erspähen. Die Aluminiumhülsen der abgeschossenen Leuchttraketen sammelten wir und machten uns daraus Alarmanlagen. Zwei oder drei Hülsen wurden dazu in einem Draht oder Holz gehangen und diese 10 bis 20 cm über den Grabenboden nach jedem Knick in die Grabenwand gesteckt. Vor allem vor dem besetzten MG-Posten links und rechts. Beim Laufen im Graben stieß man gegen die Stolperdrähte und die Hülsen klingelten dann. Der Posten war gewarnt, er konnte von fremden bzw. unbemerkten in den Graben eingedrungenen russischen Spähtrupps nicht so leicht überrascht werden. Unser Pendelposten kannte natürlich diese Stellen und hob meistens die Beine und gab sie auch rechtzeitig zu erkennen. Eines Morgens, es mag der 20. Juni 1944 gewesen sein, höre ich Kampflärm, MG-Salfen und Handgranaten aus dem Bereich meiner rechten Gruppe. Ich machte mich sofort mit meinen Meldern auf den Weg dahin und nähere mich vorsichtig der Stellung. Mir wird berichtet, ein feindlicher Spähtrupp läge oder lag noch im Schilf und der Gruppenführer ist durch eine Handgranate sehr schmerzhaft verwundert. Trotz angesteiniger Beobachtung konnte ich jedoch niemanden vor der Stellung entdecken. Nachträglich kann ich folgenden Vorfall erklären. In dem Mannshohen Schilfsgras hatte sich etwas bewegt, was der Posten entdeckte. Er alarmierte seinen Gruppenführer und die ganze Gruppe. Nach ein paar Feuerstößen aus dem MG wollte der Unteroffizier noch eine Handgranate in das Schilf werfen. Er zog die Schilhanggranate ab. Zur Erläuterung, die deutsche Schilhanggranate bestand aus einem Sprengkopf, einem Holzstiel zum Werfen, am Ende eine Schraubkappe, darunter eine Schnur mit einem Knopf. Mittels des Knopfes riss man die Schnur aus dem Stiel, die Handgranate war abgezogen, mit einer Verzögerung von 4 Sekunden explodierte nun diese. Man hatte also genügend Zeit, diese weit weg zum Ziel zu werfen. In diesem Moment klingelte im Graben die Hülsen unserer Alarmanlage. Die Aufmerksamkeit war nun auf den Graben gerichtet. Die Pendelstreife hatte versehentlich dieses Klingeln verursacht, weil sie zu sehr aufs Vorfeld achtete. Sie gab sich zu erkennen, in diesem Moment explodierte eine Handgranate. Jeder nahm an, sie wäre vom Russen geworfen worden. Der Ufts hatte durch die Ablenkung die Handgranate jedoch nicht geworfen und war selbst schwer verwundet. Da er auch viele, viele kleine Splitterverletzungen hatte, auch besonders schmerzhaft. Er wurde sofort ins Lazarett gebracht. Hätte ich nicht in Zerborsten Handgranatenstiel gefunden, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, den Hergang weiter zu erforschen. Ich bezweifle jedoch nicht, dass tiefer im Schilf ein Spätdruck uns ausgekundet hat. Großangriff der Syrgat-Armee Zwei Tage später begann ein Artillerietrommelfeuer auf unsere rechte Nachbarstellung, etwa wohl fünf Kilometer von uns entfernt. Das war der 22. Juni. Im Laufe des Tages griffen russische Schlachtflieger ebenfalls unsere Nachbarn an. Sie kamen in niedriger Höhe teilweise über unsere Stellung eingeflogen. Wir hatten das Gefühl, dass diese von unten gepanzert waren, denn unser Gewehrfeuer zeigte kaum Wirkung. Lediglich ein Flugzeug kippte ab. Es waren aber ständig neun Flugzeuge, die über uns kreisten. Immer drei luden ihre Ladungen ab. Flogen diese dann weg, kamen schon neun weitere angeflogen. Ich hatte in Russland noch nie so viele Flugzeuge, weder Freund noch Feind in der Luft gesehen. Wie ich nach dem Krieg erfuhr, und man kann das auch in verschiedensten Aufzeichnungen nachlesen, hatte der Russe im Bereich des 41. Armeekorps, wozu ja die 36. Infanteriedivision gehörte, auch in deren Bereich nach Trommelfeuer und Fliegerangriffen durch das Sumpfgelände einen vorbereiteten Knüppeldampf gelegt und war mit Panzern durch die deutschen Linien durchgebrochen und strömte in breiter Front westlich. Ähnliche Durchbrüche gelangten dem Russen auch nördlich von Poproisk und im Gebiet von Mogliyev. Doch davon weiß man als kleiner Soldat natürlich nichts. Man weiß nur das, was man sieht. Nach zwei Tagen wurden die Zugführer in den Kompaniegefechtsstand gerufen. Dort wurde unser Öffnen, der Feind sein rechts von uns durchgebrochen. Wir lösen uns mit Einbruch der Dämmerung aus der Stellung und gehen zurück in eine neue, befohlene Linie. Beim Morgengrauen sind noch die drei Stuckers zu Fuß zu zünden und sich in eine neue, befohlene Stellung zurückzuziehen. Stuckers zu Fuß ist ein fliegerbombenähnliches, primitives Raketengeschoss mit geringer Reichweite von etwa 1000 Meter. Ungenau ist zielend aus einem Lattenkasten, jedoch ziemlich große Sprengwirkung. Die Nacht verlief in meinen Abschnitt verhältnismäßig ruhig. Das heißt aber nicht, dass wir uns ausruhen oder schlafen konnten. Wir waren ständig von einer Stellung zur anderen unterwegs, schossen Leuchtpatronen über das Vorfeld, um zu sehen, was vor uns vorgeht und um den Russen zu täuschen. Kurz vor dem Morgengrauen gingen wir dann ebenfalls zurück. Trafen auch die Nachbarn, die ebenfalls als Nachhut in den Abschnitt geblieben waren. Dies lief zunächst auch planmäßig. An dem befohlenen neuen Treffpunkt lag aber bereits neue Order vor. Erst ein oder zwei Dörfer vor Parigi traf ich meine Einheit. Es mag etwa 10 Kilometer vor Parigi gewesen sein. Wenn ich mich recht entsinne, fehlte der Kompanieführer, der einzige Offizier der Kompanie. Ob er verwundet war oder andere Gründe vorlagen, ich weiß es nicht. Jedenfalls musste ich die Kompanie übernehmen. Das Bataillon musste auf einer Anhöhe in einem Kornfeld die Sicherung übernehmen. Mitten durch das Kornfeld ging ein gürteltiefer Graben. Es soll sich um die Grabenstellung aus dem Ersten Weltkrieg gehandelt haben. Meine Kompanie bekam den linken Flügel ohne Anschluss nach links zugeteilt, also die gefährlichste Aufgabe. Feindwert stand ein Fesselballon in der Luft. Von dort wurde das Artilleriefeuer auf unsere Stellung aber besonders auf die Brücke in Parigi geleitet. Und der Offizier Silbernagel aus Wiesbaden fiel durch einen Artilleriefeueltreffer. Das hohe Getreide ließ keine weite Sicht zu. Nach Stunden kam plötzlich der Befehl im Graben nach rechts zurückzuziehen. Das war auch allerhöchste Zeit geworden, denn von uns unbemerkt waren einige hundert Meter an uns vorbei, schahen von Russen Richtung Dorf unterwegs. Unser Rückzug wurde bemerkt, wir erhielten Gewehr und Maschinen Gewehrfeuer von zwei Seiten. Beim Zurücklaufen im Graben bekam ich einen Schlag ins Kreuz, konnte aber weiter rennen. 41. Armeekorps, 25. Juni 1944, 36. Infanterie-Division Heldbrückenkopf-Parigi. 42. Wir kamen bis ins Dorf. Da ich das Gefühl hatte, mir laufe das Blut über mein Hinterteil, wollte ich mir wenigstens ein Pflaster aufkleben lassen. Da rannte gerade Feldwünn Meier aus Ludwigshafen, Ockersheim, den ich aus meiner gemeinsamen Wiesbadener Zeit kam, der mir vorbei. 42. Als ich gerade dabei war, mein Hinterteil zu entblößen. Ich bat ihn um Hilfe, er stellte jedoch nur eine Rötung und viel Schweiß fest und rannte mit seinen Leuten gleich weiter. 43. Als ich endlich wieder meine Koppel umgeschnallt hatte und aufsah, erschrak ich gewaltig. 44. Denn die Soldaten, die links und rechts neben dem Haus, hinter dem ich Deckung gesucht hatte, an mir vorbeiströmten, waren Sowjets. 45. Diese liefen dem Weg nach, dem 200 Meter weiter die deutschen Soldaten in Richtung nächstes Dorf oder nach Parigi nahmen. 46. Ich flügte mich an die Lücke ein und lief ebenfalls den gleichen Weg. Man muss sich dabei vorstellen, meine Uniform, auch die der anderen, war voll mit Staub. Der Schweiß ließ den Dreck gut anhaften. Seit Tagen hatten wir keine Möglichkeit, uns zu erfrischen oder gar zu reinigen. Die Deutschen liefen eiligen Schritte, soweit dieses nach den Strapazen noch möglich war, in die Richtung Parigi. Die Russen liefen hinterher, immer von den Offizieren angetrieben. Auf beiden Seiten fiel aber kein Schuss. Ich immer noch mitten zwischen Gruppen russischer Soldaten, wenn auch nicht gerade auf Durchfühlung. Da sah ich linkses weges sumpfiges Schilfgebiet, fast mannshoch bewachsen und wich immer mehr nach links aus, bis ich in Sichtdeckung war. Das Sumpfgelände ließ sich durchwarten. Ich konnte die sich absetzenden Deutschen und die nachsetzenden Russen gut von dem aufsteigenden Gelände sehen und hielt hinter dem Hügel dann die gleiche Richtung ein. Irgendwann machten die Russen dann doch Halt und ordneten sich neu. Ich erreichte auf einer Höhe von Parigi eine deutsche Flaggstellung 8-8. Nun war ich wieder zwischen den Deutschen, melde nämlich beim Batterieführer, der aber anderes zu tun hatte, als auf einen Versprengten einzugehen. Erschöpft rube ich mir in der Nähe ein Deckungsloch. Der Ballonbeobachter hatte die Stellung ausgemacht und belegte diese mit schweren Atelierfeuer. Das Hauptziel jedoch war die Brücke 2 oder 3 Kilometer hinter uns in Parigi über die Beresina. Meine MP wurde durch einen Splitter ins Schloss so zerstört, dass sie unbrauchbar wurde. Ein bis zwei Stunden ausruhen, dann kamen die Russen zu Tausenden erneut aus dem Bereitstellungsraum. Die Batterien richteten ihre Kanone gerade auf diesem Pulk auf dem vorgelagerten Hügel, als der Befehl anprotzen, absetzen kam. Schneller als beim Exerzieren auf dem Kasernenhof wurde das Geschütz an die Zugmaschine angekoppelt. Irgendwo fand ich einen Platz und ab ging es Richtung Brücke. Vor der Brücke waren die Zufahrten mit liegen gebliebenen Fahrzeugen verstopft. Es hieß zu Fuß die Brücke zu erreichen. Auch auf der Brücke wurden immer wieder Pferde getroffen und brachen zusammen. Feldpolizei auf der anderen Seite gab die Anordnung Sammelpunkt Bobroisk. Wie die ca. 50 Kilometer entfernte Stadt, die aber wieder auf der Westseite der Beresina lag, zu erreichen war, blieb dabei jeden selbst überlassen.